wir wollen auf jeden fall nicht mehr kommento ja wir gehen auch von hox mit rüber diese komische hülle kommt mir bekannt vor ja 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 Dieses Dorf ist so voller Leben! Wunderbar! Reveilion! Alohomora! Du gehörst mir, Demigais! Reveilion! 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 Ja, aber ich spürte ihn nicht. mehrere sachen ja wir sind da im grunde nach hauptsächlich die in die fremden hast über rein dürfen wie unhöflich eigentlich auch mal ganz kurz nach wie es aussieht bei dem dorf ein karte nicht aufträge mal alles ist hierhin hierhin haben wir noch eine handbuchseite ist auch noch wir nutzen einmal hier den weg rum natürlich nutzen wir den weg schnelleren weg hast einmal schneller ich erkenne eine prüfung merlins wenn ich sie sehe hoff ich hab noch mal von kraut das ist das ist das ist das ist Das war's. Lumos. Damit wäre das erledigt. Hallöchen. Wo geht es als nächstes hin? Welche? Überall schöne. Pilakröte. Nein. Nein, dann komm. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwo eine Höhle ist. Wenn man das braucht, wäre da hinten. Aber sie interessiert mich aktuell nicht. Die habe ich komplett übersehen. Gibt es ja wohl nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was haben wir denn hier? Ganz kleine da hinten. Rebellion. Rebellion. Okay. Okay. Nächste Merlin. Und es gibt Sachen, da kann ich euch wunderschön mitnehmen. Was hast du noch gehabt. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ich will es eh zum Bogen. Ja. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Es war mir ein Vergnügen. Da wollte ich nicht. Da wollte ich nicht. Nächstes. Nächstes. Allerdings. Dann nutzen wir mal ganz kurz. Haben wir nämlich den hier. Rebellion. Ja. Rebellion. Rebellion. Ja. Warum kann ich mich hier rümmermassen? Bin ich Masha gewesen? Bin ich Masha gewesen? Danke. Danke. Rebellion. Die Truhe hinten ist offen. Leider ist die offen. Leider ist die offen. Wir gehen jetzt erst einmal kurz runter. Zwei. Hier rein. Genau. Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachricht, Mr. Weeks. Mit der Verbesserung konnte ich ein neues Iron-Dale-Rekord aufstellen. Ein neuen Iron-Dale. Okay. Gute Nachricht, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Iron-Dale-Rekord aufstellen. Fabelhaft. Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie machte sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah. Ja. Hm. Verstehe. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Nochmals, vielen Dank. Na, wonach suchen Sie heute? Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Das Ganze geht Richtung Halloween jetzt, oder? Gehe ich jetzt hier langsam auf woanders. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Ganz Anweisungen, ja, kommen in Ordnung mit, dann haben wir alle weg. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. ja leider bei dir nicht zauber der treppe dieser zaubertreppe im laden welt und schrift und offenbart sich in ein bestimmtes buch bewegt wird in habe thomas von verkauft sein siehe von schriftlichen produkte runter auch zauberanweisung sehr praktisch für die beschwörung an ihn nach oben schaut gehabt aktuell wie hier am flug verbots bereich war das ja so schön dass man hinten landen konnte sie hier in der stelle wasser wegen knoll plattern da muss ich nicht hin weltkarte oklum polo klinge wölbe ein horn haben wir kommen von da aus wir uns von da aus ich sage ja immer reisen erweitert den horizont ich werde dir mich runterzulassen wollte ich zwar noch nicht hin aber ich bin in der nacht zu den spinnen ich bin ja auch nicht wer hier wohl gelebt hat es ist es ist die Nein. Nein. Gefolto, Platio, Conflicto, Rebellion, Defolto, Conflicto, Defindor, Platio, Neu. 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 Irgendwie bin ich jetzt komplett von hier nach da unten gelaufen. ist ein von hier hinten her oder auf der seite ins netz ich doch gar nicht hin jetzt wird daneben aber schon kurz noch mal nach es soll so rumlaufen dass sie dahin kommen dann gehen wir nicht haben auch schon gehabt ja Was ist das? Was ist das? Was ist der Weg? Was ist das? Was ist das? Wenn sie dieser Macht noch für Gutes einsetzen wird. Hm, eigentlich auch. Oh, nee. Was ist das? 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh.